Paul, erstmal weißt du, wo meine Brille ist? Ich kann das echt fast gar nicht mehr lesen hier. Also gut. Hast du am Samstag Zeit und Bock und Lust eine Spätschicht zu fahren? Das ist Fußball. Ja gut, zwei Leute fehlen mir da schon. Schau mal, wen ich mitgebracht habe. Was machst du denn hier? Hey! Ja cool. Komm mal hier Mädchen. Sag mal, die ist alleine hier. Wie die ist alleine hier? Emma ist alleine hier. Emma, komm mal hier. Wie die ist alleine hier? Denn da war niemand anders. Das ist aber eigentlich ungewöhnlich. Die sollte eigentlich bei der Hannah sein. Die ist in der Uni. Magst du sie mal anrufen? Sicher, klar. Ich rufe die gerade mal kurz an. Guck mal, da war sonst niemand. Ja, kann ja nicht weit sein. Muss ja bestimmt da sein. Wir haben das vereinbart, die es normalerweise so drei Tage in der Woche ist, hier eigentlich bei der Hannah. Und wenn die hier ist... Komm mit hier. Hier laufen viele Böse und so. Nee, da geht keiner dran hier. Was ist das denn jetzt hier? Hält es mal bitte hier vorne an. Ich würde es gerne mal überprüfen. Mal vergessen, da seine Türen zuzumachen. Ja, das ist ja genau das Fahrzeug, so wie es auch beschrieben worden ist. Genau. Uns erreichte die Meldung, dass auf dem Uniparkplatz hier ein Fahrzeug stehen sollte, welche die Türen offen hat und wo kein Besitzer da ist. Also wir müssen jetzt erst mal überprüfen, wem das Fahrzeug ist, um so sicherzustellen, wem das Fahrzeug dann auch gehört. Komisch, oder? Hast du mal geguckt hier? Welcome University of Cologne. Welcome University of Cologne. Ich buchstabiere Kölner Trennung, Anton Otto 394. Ja, habe ich mit. Fahrzeug ist gemeldet auf Marc Westerhofen. Hast du gerade... Das Auto gehört dem Marc Westerhofen. Ja. Das ist aber nicht sein Auto. Er kann ja mehrere Fahrzeuge haben. Das ist aber auf jeden Fall auf ihn gemeldet. Ja, das hätte er uns doch erzählt, wenn er jetzt hier so ein Auto hätte. 1537 hat mit. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Das ist ja komisch. Hast du Marc's Nummer? Ja. Ruf ihn mal bitte an. Vielleicht... Hey, das passt überhaupt gar nicht. Nee, deswegen sage ich ja. Der hätte uns ja erzählt, wenn er so einen kleinen Wagen hätte. Seine Tochter vielleicht. Ja gut, ich ruf den mal an. Ruf ihn mal bitte an. Das ist jetzt ein bisschen... Warte mal kurz. Ja, Westerhofen? Marc, hier ist der Jonas. Jonas? Ja. Du, pass auf, erschreck dich nicht. Wir haben einen Wagen auffinden können auf dem Parkplatz von der Universität. Köln, Trennung, Anton Otto 394. Sagt dir das was? Ja, das ist, das ist mein Auto. Also auf mich zugelassen. Köln? Das ist mein Auto, aber die Hanna fährt damit rum. Ich finanziere das eigentlich nur. Was ist denn mit dem Auto los? Ja, pass auf. Ich hatte nämlich jetzt gerade auch zu Nesrin schon gesagt, dass uns dieses Auto ja überhaupt nicht bekannt vorkommt, weil du ja eigentlich immer größere Wagen fährst. Aber gut, jetzt erklärt sich das auch. Der Wagen, der steht auf dem Parkplatz der Universität mit offenen Türen. Und Schlüssel steckt. So, der Schlüssel, der steckt noch. Und ja, weit und breit keiner zu sehen. Ich hatte jetzt mal hier hinten auf die Scheibe geguckt. Da steht, Welcome University of Cologne. Gut, das wird ja dann deine Tochter studiert, ne? Ja, das ist absolut korrekt. Die studiert und das ist auch ihr Auto zumindest. Aber wieso steht denn das Auto da und was ist denn da los? Wieso sind die Türen auf? Ist da eingebrochen worden oder fehlt da irgendwas? Also jetzt, dass hier irgendetwas großartig passiert ist, dass hier die Scheiben eingeschlagen worden sind, das ist nicht so. Macht die Türen von dem Auto bitte mal zu und geht mal bitte in die Uni direkt rein und guckt mal nach, wo die Hanna ist. Also ich mache mir jetzt gerade schon ein bisschen Sorgen, ne? Und das geht nicht, das ist blöd. Also die Hanna, die ist total gewissenhaft. Da bin ich tausend Prozent sicher. Sie lässt sowas nicht einfach aufstehen, so eine Tür, so eine Autotür. Aber vielleicht ist es tatsächlich so. Der Hund ist schon ausgebüxt, die sucht irgendwie den Hund, hat das total vergessen, dass die Türen da auf sind. Ich weiß im Moment wirklich nicht so richtig weiter. Aber ich glaube, ich rufe jetzt mal meine Frau an, vielleicht weiß die ja irgendwas. Oder Hannas Mitbewohnerin, die Nehle. Und die müssen uns irgendwie helfen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Hier, guck mal, siehst du das? Da haben wir Material, würde ich mal sagen. Gut, ich sage mal Parkplatzbesitzer wird die Uni sein. Ja. Dementsprechend müssten die ja auch irgendwie eine Aufzeichnung haben. Ja, ich mache das so, wie ich dem Marc auch gesagt habe. Ich gehe jetzt erstmal in die Uni. Ich komme mit. Ich erkläre das auf. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir hier Material kriegen. Ja. Ich rufe gerade mal meine Frau. Boah. Scheiße, ey. Was ist denn da los, Mann? Ja, hallo, ich bin's. Ja, hallo, Schatzi. Ich habe gerade nur eine kurze Frage. Ist die Hanna irgendwo da bei dir in der Nähe? Oder weißt du, wo die ist? Hat die mal angerufen? Ja, ich weiß es ja auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Der Hund ist hier. Das Auto steht an der Uni und die ist weg. Die Türen stehen auf und die gucken jetzt in der Uni, ob die da vielleicht irgendwo sein könnte. Ja, ich weiß es nicht. Ich rufe dich sofort an, ja? Und rufe mich bitte auch an, wenn da was ist. Okay. Ja. Okay, bis später. Ja, tschüss. Ist auch nichts. Setz dich mal hin. Setz dich mal hin. Ich sehe jetzt gerade ein bisschen viel für mich. Können wir irgendwas machen? Ich spreche gerade beim Chef. Bitte. Das hat die noch nie gemacht. Erzähl mal. Also du hast eben gesagt, Emma ist dreimal die Woche bei Hanna. Genau, das haben wir so vereinbart, weil sie hat ja eine Bude und ja, dann haben wir gesagt, weil wir auch arbeiten müssen und sie kann auch nicht. Ab und zu mit den Hunden da haben, ist gar kein Problem. Das haben wir so vereinbart. Aber. Wohnt Hanna alleine? Nee, die müsste müsste eigentlich ein Mädel noch da drin haben. Ich glaube, Nele heißt die. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe sogar eine Nummer von der. Das ist nur gut. Oh, Beinefresse. Das müsste jetzt eigentlich im Front zum Account sein. Ich schaue mal kurz nach. Wir haben ja das Tablet hier. Ja. Also es ist jetzt so, dass ich in der Uni war, dass ich da nach der Tochter gefragt habe. Da weiß keiner so richtig, wo sie ist. Wir konnten jetzt Videomaterial anfordern und das jetzt hier auf dem Tablet hoffentlich anschauen. So. Da. Eine Männliche steigt ein. Sitzt sie da auf dem Fahrersitz? Ich glaube ja. Kurze Zeit später steigen beide aus. Oh, die streiten sich. Oder? Irgendwas ist da. Irgendwas ist da los, ja. Halt das kurz mal an. Ich will mal eine Szene filmen. Ja. Und will das dem Marc mal schicken. Ja, ich komm. Ich hab versucht, die Nummer zu orten. Derzeit kein neues Signal. Heißt, das Handy ist ausgeschaltet. Oder Akku ist leer. Oder Akku ist leer. Auch nicht. Hannas Ding. Aber gut. Aber kannst du nochmal versuchen dann? Klar. Ich bleib dran. Wir machen ständig neue Ortungen und wenn es was Neues gibt, dann wissen wir das. Ja, danke. Ihr seid super echt. Ich hab, ähm. Du warst, wie du das vom Uniparkplatz. Hast du mal was Positives jetzt gerade? Ja, ich weiß es nicht. Nesrin und Jonas sind jetzt vor Ort. Die haben mir das gerade rübergeschickt, beziehungsweise die sind da im Nahbereich. Was ist das jetzt hier? Da ist ein Kerl eingestiegen auf der Beifahrerseite. Na gut, der hat eigentlich... Auf der Fahrerseite sitzt auch jemand, ne? Das... Das müsste Hannah sein. Was macht sie denn jetzt? Ah, das ist Emma. Dann raus. Jetzt holt sich Emma raus und... Und... Verschwindet. Und geht. Er bleibt da. So, und so wird das Fahrzeug aufgefunden, ne? Er scheint aber jetzt nachzusetzen... Der geht ja jetzt hinterher. Ja gut, aber sie hat ja einen Hund dabei. Ja, aber der Hund ist jetzt hier und Hannas liegt da. Ja, aber der Hund ist doch nicht gut verschmiert. Dieser Mann da auf dem Video, ich hab den noch nie gesehen. Ich kann's nicht sagen. Vielleicht ist das wirklich ihr Freund, aber dann hätte Hannah das erzählt, dass sie überhaupt einen Freund hat. Also... Wir müssen herausfinden, wer das jetzt ist. Und ähm... Ja, er ist auch der Letzte, der die Hannah letztendlich gesehen hat. Und hoffentlich ist da nichts passiert. Ich mach mir echt riesige Sorgen. Komisch. Ich seh jetzt aber so auch nichts. Jonas? Ja? Hier liegt ne Tasche. Die ist auch ziemlich schwer. Wie hast du die denn jetzt so schnell gesehen? Das ist ja unglaublich. Die lag hier so offen. Ja, ein Laptop ist drin. Ja. Hatte die denn vorhin in der Hand? Ich glaube, ich kann ja gleich nochmal nachschauen. Ja. Kannst du mal kurz nachschauen, ob da irgendetwas ist, was wir vielleicht gebrauchen könnten? Und... Ja, ist nur noch ein Laptop. Ist tatsächlich so. Hannah Westerhofen. Ach. Ja. Ja, wir haben die Laptoptasche der Tochter gefunden, plus Laptop und Notizbuch. Ja, im ersten Augenblick sieht es natürlich nicht ganz so rosig aus. Für uns ist jetzt erstmal nur wichtig, dass wir Marc informieren und ihm beiseite stehen können und einfach als Kollegen, aber auch als Freunde ermitteln können. Kommt ihr mal eben kurz rüber. Ich hab was Neues. Okay. Was hast du ihm da jetzt? Ja, Nestrin und Jonas haben eine Tasche im Gebüsch gefunden. Das ist Hannas Planer. Also es ist wahrscheinlich auch Hannas Tasche. Okay. Ja, setz dich hin. Setz dich mal hin. Also die haben das gefunden, aber sonst war da nichts? Da war kein... Da war kein Blut, da war gar nichts. Vielleicht hat sie den da abgelegt, damit sie schneller laufen konnte. Ich weiß es nicht. Im Planer steht so heute gar nichts drin. Hier ist ein Laptop, den könnten wir uns mal anschauen. Das ist Hannas Laptop hier. Und... Und hier ist noch ein Brief. Warte mal, lass uns grad mal schnell mal das Laptop mal schnell mal eben gucken hier. Ich weiß das. Ich hoffe nicht, dass es richtig hier kennen wird. Jo. Was hat die denn hier alles drauf? Warte mal ganz kurz. Kannst ja mal gucken, vielleicht was sie zuletzt geöffnet hatte oder so. Ja. Eine Hausarbeit ist hier noch mit Kommentaren von Dozent B Winters. Was sagst du? Ich schau mir jetzt mal den Brief an, ne? Okay. Oh. Du? Meine liebste Hannah. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ich freue mich wahnsinnig auf dich. Dein B. Wie heißt der Dozent hast du gesagt? Ähm... Dozent B Winters. Ben Winters. Dein B... Muss jetzt auch nicht... So wie der Brief geschrieben ist, das schreibt auf jeden Fall... Guck mal, das ist doch vielleicht eine ganz einfache Kiste. Das war der Freund am Auto, die haben sich kurz in die Haare bekommen. Und jetzt sind die einen Kaffee trinken und alles ist gut. Genau. Und ihre Tasche brauchte sie dabei nicht. So, die haben sich gestritten. Also irgendwas ist hier schon komisch. Also ich schau mir grad ein bisschen die Hausarbeit an, ne? Ja. Da sind alles Kommentare drin in rot geschrieben von dem Dozenten hier, von dem Winters. Was hat der für Kommentare geschrieben? Alles super... Oh, das ist jetzt ein Kommentar, der jetzt ganz unten drunter steht. Note sehr gut. Das ist ja schön. Da freue ich mich ja gern auch für die Hanna. Aber darunter steht so perfekt wie die Verfasserin. Vielleicht ist es ja der Dozent. Was, der Freund oder wie jetzt? Ja, mit dem, der das liebste Hanna geschrieben hat. Vielleicht ist es ja auch nur so... Kann ich dir nicht einfach holen, dass es jetzt... Ich hab jetzt keine Handschuhe. Kannst du mir den mal bitte mal zeigen? Ja, sicher. Lass uns doch mal in der Uni anrufen, Sekretariat. Wir fragen nach, wer B Winters ist, Dozent. Können wir den vielleicht mal... Und dann soll der hierher kommen. Einbestellen? Ja, warum denn nicht? Bevor Hannas Dozent auf die Wache kommt, redet Paul Richter Mark Westerhofen als seinem Kollegen und besorgtem Vater ins Gewissen. Also, wenn das nachher in die Vernehmung geht. Chef und ich und auch alle anderen sagen, nicht da reingehen und stören. Du machst das Ding kaputt. Ja, aber ich kann doch wenigstens mal gucken, oder? Alex, der Herr Winters ist eingetroffen, der würde... Aber ich kann doch mal wenigstens gucken, oder? So, du hältst dich da zurück. Ja. Das ist nicht deine Vernehmung? Ja, 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 ich hab das verstanden. Aber ich komm trotzdem mal gucken. Es ist wichtig, es ist nicht deine verschissene Vernehmung. Ist in Ordnung. Ja, ja, alles gut. Komm, dann... Herr Winters. Mein Name ist Richter, Polizei Köln. Guten Tag. Der Grund Ihres Hierseins ist schnell erklärt. Hanna Westerhofen, sagt Ihnen das was? Ja. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Hanna? Das ist einer meiner Studentinnen. Und haben Sie ein gutes Verhältnis, oder? Ja, schon sehr gut, ja. Ja? Wir haben Einblick in eine Ihrer Hausarbeiten gehabt. Und die haben Sie relativ nett kommentiert. Fast schon unprofessionell nett. Wir wollten nachhaken, inwiefern Sie das auch mit anderen Studentinnen machen, bzw. ob das eine besondere Form eines Verhältnisses zwischen Dozent und Studentin ist. Also mit Anna mache ich das ganz sicher nicht. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Ihnen und Hanna? Ich kenn Hanna seit zwei Jahren, aber eine Beziehung führen wir seit einem halben Jahr. Wie bitte? Ja, also wir haben einen Brief in Ihrer Tasche gefunden. Und ich würde wissen, ob das Ihre Handschrift ist, ob Sie diesen Brief geschrieben haben. Ja, das ist korrekt. Ja, haben Sie in der Vergangenheit mal Streit mit Hanna gehabt? Oder gab es irgendwie mal Knies oder weiß ich nicht, Kleinigkeiten, die auffällig waren? Woher ist denn das denn jetzt? Ja, hat sie jetzt Streit mit der oder nicht? Ja, ehrlich gesagt heute Morgen das erste Mal. Ja. Was war der Hintergrund Ihres Streits? Ja, es ging um den Kurswechsel. Und zwar hat sie den Anglistikkurs bei mir und der ist deckungsgleich, wird er von einem anderen Dozenten angeboten. Und ich habe gesagt, ich kann sie jetzt nicht mehr objektiv bewerten und sie soll den Kurs jetzt erstmal wechseln. Wenn sie das nicht macht, pausiert jetzt erstmal die Beziehung. Mein Job steht da auch oft im Spiel. Das sehe ich auch so. Ich kann sie ja nicht mehr objektiv dann bewerten, wenn sie... Und war das vielleicht so risikobehaftet, dass es eher sinnvoll ist, dass Hanna mit gar keinem darüber reden kann? Ja, also der Dekan an der Uni, der ist schon da sehr streng. Aber Sie, Herr Winters, Sie können sich fragen, ich mach die Befragung mit dir. Können wir mal Sprünge machen? Ich mach jetzt die Befragung bitte. Sie hätten aber gutes Interesse daran, dass diese Geschichte nicht rauskommt. Ja klar und vor allen Dingen ist sie ja auch weggelaufen beim Streit. Das ist ein Motiv, Herr Winters, das wissen Sie. Haben Sie meiner Tochter irgendwas angetan? Nee. Haben Sie mit dem Verschwinden irgendwas zu tun? Wir versauen uns die gesamte Vernehmung davon. Ach Mann! Ich mache mir Sorgen um meine Tochter, verstehen Sie? Ich meine, wenn Sie Gefühle und Beziehungstechnik da zusammen waren, klar, haben Sie vielleicht jetzt das Herz geboren. Aber haben Sie mit dem Verschwinden irgendwas zu tun? Sie sollte auch eigentlich heute ja dann in den Kurs kommen oder sie hat sich auch nicht mehr gemeldet. Ich muss sie hinterher gelaufen. Sie sind hinterher gelaufen. Ich bin hinterher gelaufen. Ich habe sie auch nicht mehr eingeholt. Ich musste ja in den Unikurs und ich habe sie dann auch nicht mehr angerufen, weil sobald man ihr Druck macht, reagiert sie auch nicht so gut. Deswegen, ich wollte ihr erstmal Ruhe geben. Stimmt. Ich habe sie dann auch nicht mehr eingeholt. Kannst du nicht mit punkten bei ihr. Ich meine, wir haben noch ein relativ enges Zeitfenster. Das ist jetzt nicht... Oh. Guck mal, warte bitte. Äh... Ich habe mich halt die Uhr nicht mehr aus. Ich brauche eine Pause. Such mich nicht. Nein, nee, nee, nee. Niemals. Diese Nachricht ist nicht von der Hannah. Sowas würde sie niemals schreiben. Ich bin ganz sicher, das hat irgendjemand anderer geschrieben. Und das macht mir ganz, ganz große Sorgen. Wir müssen sofort was unternehmen. Aber so wird es ja auch nicht mehrmals zurückgezählt. Ich bin ganz sicher.